Oh man ey Ja kill ihn doch mit deinem Bogen Ich treff ihn nicht, ich will diesen Modus nie wieder aufnehmen Jo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einer Runde Badwars mit dem Mokadockel Ja lacht einfach mit der Ammoderation Ja hallo Du hast einfach gelacht Hallo Viele meinten ja wir sollen mal ein bisschen Badwars spielen Neh nimm erstmal das Bronz und und dann boah dich rüber Und ihr werdet gleich sehen in der Aufnahme warum wir keinen Badwars danach irgendwann mehr spielen werden Weil du nichts gehst Du bist so behindert Du brauchst übrigens ungefähr 14 Placke um mich rüber zu bauen Ist mir doch egal ich hab 40 Okay nkk Ja was Naja wer karış Ja jetzt benäm dich bitte mal das soll eine vernünftige Aufnahme werden wir wollen gewinnen Weißt du eine vernünftige Aufnahme Ja, der Dogge, das kann man auch mal erzählen Der ist ja gerade erst von seinem, äh, keine Ahnung, wie man das nennt Ausbildung, was weiß ich Ausbildung, Alter, also Arbeiten, du Ja, ich verteile gerade den Uppercuts Leute, ich wäre gerade fast runtergefallen Okay, jetzt, jetzt beruhigen wir uns, okay Du solltest dich ja beruhigen Nimm das Gold Und dann geht's ab Ja, ich gebe gerade den Uppercuts, der zu uns ran will Was? Da will einer zu uns? Ich bin tot schon runtergerannt, aber ich habe ihn gekillt Hä? Einer will, oh Leute, ich werde sterben, ich werde sterben Ja, aber ich habe mir halt den Uppercuts seines Lebens gegeben Warte, ich kann ihn wegkommen, ich komme, wo ihn gerade übel ist Ja, ich sehe es Ich versuche, ich versuche zu fliehen Ja, weil ich gebe die Kommen seines Lebens Ich versuche zu fliehen Hab ihn, okay Ja, jetzt beruhig dich und jetzt kommen Wir wollen die Runde easy holen Ja, beruhig dich Ich hole die Runde easy, aber Wir haben übrigens, äh, spielen wir gerade auch mit ein paar Opponenten Also sind zumindest ein paar nachgejoint Und, ähm, deshalb werden wir getargetet Aber das ist nicht schlimm Wir targeten die Ganz im Ernst, es ist mir gerade bei Bad Wars so egal, wenn es so eine Schwachsinsaufnahme ist Das ist mir wirklich Wayne Ich baue uns mal rüber Die Runde vorher wäre die beste ever gewesen Ja Ja, Jan und Bogen Ey, nimm mal bitte die Blöcke und baue dich zu dem Silber hier Komm Ja, genau Ja, ja, ich lasse mich freiwillig abschießen Kein Ding, mache ich gerne Kein Ding, okay, alles klar Ich hab 10, ähm, Gold Ich sterbe, wenn ich Ja, ich mach doch Das ist so scheiße Wir haben jetzt schon irgendwie 4 Minuten aufgenommen und wir haben nichts hinbekommen Das ist so lächerlich 4 Minuten, wir haben nicht mal 4 Minuten aufgenommen Ja, ja, wir werden es ja gleich sehen Ja, ja So, ich hab jetzt einen Bogen, aber leider keine Rüstung, weil du ja nicht fähig bist, dich mal rüberzubauen Ja, aber scheiße Ey, Mann, Doggy, du bist so scheiße de-Abo Ja, wie du, Mann, halt die Fresse, ja Ja, halt die Fresse Okay Lott kommt grün zu uns, gib dir mal ein paar Uppercuts, los Ja, der will teamen, aber er versteht anscheinend nicht, dass wir in Bad Rose nicht teamen dürfen Der will teamen, der will uns rasieren Nein, der will uns nicht rasieren Nein, der will uns rasieren Nein Der will dich rasieren Weil der Mace, du, du bist low Kriege ich den? Ja, ich hab einen getötet Yeah Okay Rassist Aber gut, ich habe Ja, Bogen, krieg ich ja kein, weil du ja alles gesnackt hast So, hol ich, ja, hol ich ein wenigstens, ein Schwert wenigstens Ach, ich glaub, grün, grün will uns waschen Verbraucht, ist ärgerlich Hör doch mal auf zu trollen, Mann Ja, blöcke gesetzt, hör auf zu trollen Für zu trollen Ja, jetzt spiel ich dich Ja, streng du dich doch mal an Was, aber als Aimers, was machst du denn? Ja, du bist schon zehnmal gestorben Warte, ich geb dem Schellen Nee, ich hab Angst Ich glaub, der will, irgendwas möchte der von uns, aber ich hab den Chat leider aus Deshalb kann ich's eh nicht sehen Abgehoben, Alter Abgehoben, Alter Wenn ich, wenn ich jetzt Ich hab' Chep LOL LOL, er gibt uns die Chep Ja, LOL Ja, ich hab' ich's gegeben Ich hab' dich gerettet Okay, ähm, ich wasch jetzt einfach mal rüber, ne? Bleib du mal in der Mitte Du stirbst, brich ich dir das Genick So, okay Ich pass, ich pass, weil du LOL Nein, ernsthaft jetzt? Nicht wirklich, oder? Ach, komm Gleich kommt der Bettabgebaut, Meldung Nein Er stellt sich aufs Bett Jetzt hast du abgebaut Ich hab' einen Ist er ernsthaft? Ja, guck doch, ein Chat in der Bett ist weg Nein Ja, ich hab' den Sound aus Ich hör' das gar gar nicht Du abgehoben LOL Ich hab' alle Betten kaputt Hier ist grad richtig Weltkrieg Endzeitstimmung, Alter Das wird lächerlich LOL, ich schrack die grad' alle in der Mitte Die ganzen Ja, jetzt komm mal Und jetzt lass' dich im Grün waschen Ja, es wird Ja, es ist mir doch egal Ich bin in der Mitte, Mann Blau fällt einfach runter Läuft bei ihm Ja, die Alle Betten sind weg, Mann Außer Grün halt Ja, dann lass' mal zu Team Äh, Team Grün Und da einfach Trün Lass' zu Trün gehen Ich hab' keine Blöcke Ich hab' nicht so viel Herzen Ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell ist Ist mir doch egal, streng dich an Okay, das ist so eine behinderte Aufnahme Ja, Grün ist alleine Ja, nice Pass auf, jetzt nicht runterweinen Bin tot Ernsthaft? Knockback Sieg hat geregelt bei ihm Okay, aber ich hab' sein Bett Ja, hoffe ich für dich Alles andere wär' traurig, wenn du's nicht gehabt willst Oh Mann, ey Ja, kill' ihn doch mit einem Bogen Ich treff' ihn nicht Ich will diesen Modus nie wieder aufnehmen Ja, ich will die Folge nicht sehen Boehm wahrscheinlich Dort links, rennt Grün einfach um die Brücke Es juckt dich Und er trifft wieder nicht Nice, Boehm Nice, mate Ich hab' ein neues Texture Pack Ah Ah, das erklärt natürlich alles Das ist logisch Ey, wie viel Leben noch? Ich glaub' er noch Und vom Blau Zwölf, Leute Zwölf Hab' ich, okay? Ja, es leben noch Nur noch elf jetzt Ja, ich und Team Blau Warte Ja, guck, wenn der dich jetzt Wenn der trifft, dich und du trifft ihn nicht Ich hab' ihn getroffen Aber er ist nicht runtergefallen Ja, bei deinem Aim Ist mir das schon klasse In der Runde Nein, ich hab' ein Herz Lass dich doch nicht Ich hab' ein Herz Nein, nein Ich hab' ein verdammtes Herz Ey, ich hasse Bad Wars Nein, das ist so schlecht Warum rennst du jetzt zurück Wenn du ein Herz hast? Du wirst ja jetzt sehen Jetzt wird er gebo-spampt Gebo-spampt Da kill' dich jetzt Oh, du bist Du bist ein... Warte, warte, warte Sorry fürs Übersteuern Aber PUSS Nein Dogle Alles klar Halt Was? Das war die beste Runde Die wir jemals erspielt haben Ja, oh Mann Guck mal, die wollen schon wieder alle Screens mit mir Ja, sorry Leute Am nächsten Fall Äh, ja gut Also Leute Das war der Grund Warum nicht so oft Bad Wars kommt Wenn euch solche Runden Trotzdem irgendwie gefallen Ich weiß nicht Wie einem Menschen Sowas gefallen kann Dann Dann lasst auf jeden Fall Den logischen Daumen nach oben da Halt die Freude Und haut rein Bis zum nächsten Mal Tschau Tschüss